Musik Horch einmal, Ventura! Was ist los, Teufel? Oh, Entschuldigung. Hab gedacht, das ist einer. Hey, Ventura. Ich hab heute früh Tiergeräusche gehört. Die haben rumgekratzt und rumgeschrien. Was ist da los? Ich nehm doch keine Arbeit mit heim. Ah ja. Und wozu dann das ganze Tierfutter? Ballaststoffe sind wichtig. Wollt ihr mal nachschauen? Komm mit rein? Na komm los, auf geht's! Schnüffel ein bisschen rum. Und zufrieden? Wenn ich dich auch mal mit einem Haustier da hinten erwisch. Dann ist was los. Na dann ist ja alles klar. Also Adela und Obacht. Das kann eng werden. Versorgen. Auf geht's rein. Die Luft ist wieder rein. Kommt raus. Auf geht's. Los geht's rein! Danke schön fürs Mitnehmen. Und guter Fort. Spike, ich war's nicht. Wir haben keine Beweisung. Und gar nichts. Nichts haben wir schon an der Händen. Aber ich glaube, ich kann es fühlen. Ich glaube, ich hab sie in Morin. Ich Ca assistereируerweise. Ich kann es fühlen, als wär's direkt... In mein Knarrn! Knarrn! Einfach weiter larven! Aua! Drei Pfeil sind einfach zu füll! Warte, 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 warte! Ich glaube ich hab noch verloren! Aua! Aber hallo! Scheiße! Weitermachen! Ich glaub das passt so! Aber... Tiefer! 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 Hab ich... Im Dram gerät? Das ist doch normal bei der Dosis Gift, was du abkriegt hast! Du trink einmal! Dankeschön! Und... Herrschaftszeiten! Da ist die Hände schon wieder! Schnell! Gib rein Chips, damit sie wieder abhaut! Schnell! Also! Wer von euch Deppen hat mein Deo geklaut? A mit mir riegen wie du? Wer will das nicht? Hey! Mir! Halt's mir auch du stinker! Ist mir ein Snickers Roland! Wieso? Immer wenn du Hunger hast, weißt du zu Diva! Besser? Besser! Snickers! Du bist nicht du, wenn du Hunger hast! Ähm... Maria? Was für ein Sortenhund ist das, was du hast? A Terrier-Straßen-Mischung! Ah ja! So wie der Benji! Ach... du bist ja so niedlich! Na du kleiner Frecker! Bist ganz schön laut für deine Größen! Aua! Aua! Ha-haaa! Aufhören! Sofort stoppen! Aufhören! JA! Komm her, komm her, willst du was willst, komm her, aua, 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 Buffy, auf! Oof! Nooo, nooo, nooo! Buffy kommt zurück! Fantasie ist wichtiger wie Wissen, weil Wissen hat Grenzen. Bis zum nächsten Mal! ... ... ... Vielen Dank.